Äh, was ist das? Das blaue? Schloss mit Zugangscode. Äh, guck ich grad in die Richtung? Ne, dorthin. Ja, das wär vielleicht auch eine Idee, mal die Karten zu aktualisieren. Bin ich jetzt komplett falsch gelaufen? Oh, Herrgott, nochmal. Okay, wahrscheinlich muss ich doch da drüben hin. Tür verschlossen. Alle Türen sind verschlossen. Ich find kein Scheiß-Terminal. Das hatte ich jetzt auch aufgemacht. Ja, ja, das... Das Stalle? Ja. Hey, Red Moonlight! Äh, Red Moonlight. Servus. Oh Gott, oh! War ich hier vorhin? Verdammt, gibt's hier irgendwas? Scheißbox, die ich öffnen kann. Ne, hier war ich nicht. Okay, ich hab keine Ahnung, wie ich gerade hier hingekommen bin oder wie ich vorhin nicht hierher kommen konnte. Oh, wollt ihr mich verarschen? Keine Pumpgun-Mudition. Oh. Na, komm her. Ja, eine Sekunde. Ich muss dir grad noch in den Kopf schießen. Da, drei Schuss braucht der Arsch. Drei Schuss. Mit einer Pappgun geht es einmal ratzfatz. Ups. Fuck. Ich hab mich, glaub ich, irgendwie verlaufen. Ich guck, glaub ich, 50 Mal in die gleichen Sachen. Ja, da war ich auch schon. Ich muss doch da lang. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Was, da drüben nicht noch eine Kiste? Ne, es war die, die ich gesehen hab. Okay. Okay. Da drüben ist so eine Werkzeugkiste. Vielleicht kann ich die öffnen. Bitte, 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 bitte. Nein, die nicht. Du. Oh, verdammt. Komm her. Ja, scheiße, nur noch zwei Schuss. Damit krieg ich den nächsten nicht klein. Gerät unzureichend. Hört ihr dieses Rumpeln? Das ist so, wie wenn Kevin wieder da wäre. Das ist echt merkwürdig. Was? Drei Schuss? Die können auch fünf Schuss einstecken? Oh nee, bitte nicht. Deswegen warte ich halt immer, bis die relativ nah dran sind, damit ich auch wirklich den Kopf treffe. Bitte, gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas? Ja, bitte. Ich brauch Pampen-Munition. So, in welche Bahn muss ich denn jetzt überhaupt? Was standen auf der Karte? Okay. Ah, die da drüben. Okay. Das ist die, ne? Schieß drauf. Das ist die schon. Ja. Okay. Okay. 10,000 Uhr. 10,000 Uhr. Das wär's, wenn da jetzt einer verdrehen wäre. Deswegen warte ich hier schon so bereit. Scheint aber safe zu sorgen. Ich sehe eh was. Errungenschaft freigeschalten. Gefahren eindämmen. Ah, okay. Sehr schön. Trotzdem, ich brauch Munition. Warum sind die so geizig damit? Und ich spiel's ja noch auf leicht, ne? Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ich's auf schwer spiel. So, auf welcher Seite geht's auf? Ich glaub, da drüben. Oder? Oder? Na? Haltestelle für Sanktöstowal-Krackenstationen und Sixen Synthetix. RIP, hören Sie mich? Ja. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Sixen Synthetix. RIP, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen, das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen, das ist doch alles absoluter Unsinn. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Ja, ja. Fuck, ich war ein Down-Schritt, das ist mein eigenes... Äh, mir wird nicht mal angezeigt, in welche Richtung ich muss. Das ist sehr merkwürdig. Hm. Okay. Nehmen Sie den Aufzug. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss genau in die andere Richtung, aber ich möchte eigentlich trotzdem dort hoch, falls ich dort irgendwie was finde. Munition oder so. Das wäre schon ganz... Tuffy, wieso steht da was mit Waffen direkt hier vor mir? Oh. Brauche ich auf jeden Fall. Kassette. Was soll's. Okay, wir gehen jetzt mal hier rauf. Hoffentlich ist es sicher. Ich werde dann, glaube ich, zum Flammenwerfer schalten, weil ich nicht weiß, wie der Elektroschocker funktioniert. Gut. Deswegen ist es, dass die letzten zwei Male gehen ja eher schief. Ich habe was gehört. Das geht nicht auf. Kriege ich das vielleicht mit der Ausweiskarte auf? Tür verschlossen. Nein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hä? Was macht denn hier da und diese komischen Geräusche? Da ist offen. Ist da was drin? Erstmal Lucky Lucky machen. Okay. Okay. Mann, gibt's hier keine Schubladen oder so, wo ich irgendwas finden kann. Okay. Okay. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Ja, sehr schön. So, macht man das. Alles zumachen. Wo komme ich denn hier rein überhaupt? Ups. Ich stecke fest. Äh. Äh, okay, hier ist eine Alpha-Wand. Alles klar, ich komme hier nicht durch. Oh, okay. Ja, genau. Ähm. Keine Ahnung, wo ich hier bin. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Das ist ja strange. Ja, für irgendwas muss das ja gut sein. Es ist so still hier. Zu still. Gott, bin ich gerade erschrocken. Was wäre denn gewesen, wenn da jemand drin gewesen wäre? Okay, erstmal alles angucken. Oh, ein Sensor. Mann, ich, ich... Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen gefreut, dass es hier... Dass ich gleich hier so losballern kann, aber scheinbar nicht. So. Okay, ist nichts. Ups. Hm. Okay. Ja, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Kein Ding. Privat. Okay, nochmal gucken. Hören Sie mal, äh, Sie Spinner. Bla, bla, bla. Helfen Sie uns, verdammt. Alles klar. Eine Warnung für dich, du Penner. Alles klar. Wisst ihr, was voll cool wäre, wenn hier wie in, ähm, na, wie heißt, Dead Space, wenn man hier Waffen modifizieren könnte? Alles klar. Da gucke ich schon mal so super gründlich und trotzdem gibt's nichts. Hat das irgendwie Schubladen? Nein, hat's auch nicht. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz gucken, was ich alles so zusammenbasteln kann. Eine Leuchtfackeln, Geräuschmacher, Rauchgranate, Blendgranate, IMP-Mine. Kann ich die zusammenbasteln? Was ist das, was fehlt mir da? Deswegen gibt's hier überall Sensoren. Okay, gut, dann sammle ich doch die Sensoren ein. Ich glaub, die, die wollen, dass, dass man das benutzt. Und deswegen schmeißen die hier mit dem ganzen Zeug so um sich. Okay, ups. So, jetzt will ich trotzdem nochmal gucken, wie funktioniert die überhaupt? Die IMP-Vorrichtung, die toniert beim Aufprall und der folgende elektromagnetische Puls setzt nicht industrielle Syntheten vorübergehend außer Gefecht. Diese verbesserte Version hat einen größeren Wirkungsbereich. Durch Platzieren wird die Vorrichtung zu einer Annäherungsmine. Das ist natürlich auch ganz cool, ne? Was hätten wir denn noch? Elektro-Shocker, Pumpkin, Revolver, Medikit, Molotov-Cocktail. Ah! Die sind nicht leicht. Hi, Tuschel, guten Abend. Okay, also wir werden die IMP-Granate auf jeden Fall ausprobieren. Oder als Annäherungsmine. IMP. Muss ich hier überhaupt hin? Ich denke mal schon, oder? Ich fahr da jetzt einfach hoch, ich weiß es gerade gar nicht. Das zeigt mir noch immer nichts an. Ich glaube, ich bin hier falsch. Warum ist es hier so dunkel? Hier ist kein Strom. Oh ne, ich will nicht, dass die Viecher mir im Dunkeln begegnen. Ist schon creepy. Oh, die ist so stille, das ist so blöd. Sonst achtet man immer die ganze Zeit auf Kevin und denkt sich, okay, da hinten poltert er rum, aber hier ist es so still. Viel zu still. Das da könnte ich doch benutzen. Damit könnte ich denen den Schädel einschlagen. Aber wie immer darf man ja die Dinge, die nützlich wären, nicht mitnehmen. Okay, hier gibt's weiter nichts. Bin ich hier falsch. Ich überlege, in so vielen Horrorspielen, da liegt ne Axt, da liegt ein Messer. Überall liegen Knarren rum und man kann nichts davon mitnehmen. So blöd. Oh, diese Stille, das ist echt, das macht mich echt nervös. Muss ich jetzt wieder zurück, komplett? Das sagt mir auch nichts an, okay. Also geh ich wieder zurück. Nee, also die Stille ist echt unangenehm. Bin ich auch da rüber gekonnt? Scheinbar nicht. Oder? Kann ich? Nee, nee. Das zeigt mir noch immer nicht an, wo ich hin muss. Das ist wirklich strange, das beunruhigt mich gerade so ein bisschen. Okay, einmal komplett geradeaus. Weil ich das alles eingesammelt hab und so weiter. Speichere ich nochmal ganz schnell. Yep, bitte. Okay. Gut, gehen wir in die andere Richtung. Ach, ich glaub, der hätte nur von Anfang an so... Äh, von Anfang an hin gemusst. Wo ist der? Das zeigt einem nichts an. So mies. Jetzt natürlich die Frage, wird Kevin wiederkommen? Was ich mal so von den Filmen her gesehen... Hä, bin ich nicht von hier gekommen? Nee, bin ich nicht. Strom wiederherstellen. Wenn wir von den Filmen ausgehen, dann würde das bedeuten, dass Kevin... Was war das? Dass Kevin früher oder später wiederkommt. Und dann ist natürlich die Frage, sollte ich den Flammenwerfer, sollte ich mir das aufsparen oder nicht? Ich bin jetzt... Okay. Jetzt. Ich bin jetzt...